hallo liebe ekar sammler ein sehr seltenes stück die runde 3 von deschler glaube ich zumindest es ist ein sehr schweres stück um die 23,5 gramm die maße werde ich aber nachher noch mal durchgeben und jetzt ein paar schöne fotos verabschiede mich schon mal von euch viel spaß an meinem video und tschüss so so so